Wir machen weiter mit Moorheimer VTK und der Mission Verbotener Kult. Mal sehen ob er jetzt die Änderungen meines Equipments gespeichert hat. Nach dem Enden habe ich das Spiel beendet. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet ob das eh noch übernommen wird. Das werden wir aber gleich sehen. Ich will noch nicht mehr. Eine Waffe von Fehl ist auf der Weg nach mir in eine gläubige Carnage. Ich will deine Hilfe so schnell wie möglich. Warte, Thorne. Das war gefährlich nahe mit Insolence. Und du hast mich definitiv mit jemand anderen verletzt. Du bist ein Inquisitor. Das ist genug für mich jetzt. Der gesamte Deck ist mit den mongrelen Träben. Und sie haben ihre Championen geöffnet die Truppen. Okay, Änderungen wurden übernommen. So, das ist nichts. Gut, ich muss nach rechts. Okay, so gehen wir in die Kontrollräume um den Jammer zu verhindern. Das ist der Plan, ja. Und wer ist dieser Kaius Thorn genau? Genau. Quite ein Charakter. Otherwise, I have no idea. He seems to think that I'm the member of this mysterious expedition. If there is an expedition, they might be trapped in that monastery, just like you. Why do you think so? I made a scan. That giant wreckage looks completely dead from here. No sign of any other Voidcraft in the vicinity. I have eliminated the first tribal champion. I wonder if those mongrel tribes are the descendants of the original inhabitants. I guess I'll know more soon. Okay, Liemann. Jetzt wieder? Nachschub. Das heißt, wir haben wir mit... Nein, wir haben nicht wieder Toilet. obwohl man jetzt schon wahrscheinlich was ich nicht aktiviert hätte aber egal okay Thorn here how are you faring inquisitor considering that I'm alone I'd say that I'm making adequate progress where's the rest of your detachment under some smoldering wreckage that's unlucky but that's all the more demons for us to ja und dann haben wir jetzt nach stürzen zu machen damit meine munition nicht aufgefüllt Medizin bin ich voll das ist wahrscheinlich das ende des levels also das ende der mission wenn ich dann die anderen Ziele eliminiert habe Blut Die Filth des Chaos hat aus meiner Tür Regrouping, würde ich sagen Ich denke, dass du die Tribal-Champions hast. Ja, ich habe den Ort geholfen. Wie ambitious! Ich mag das. Aber glaub mir, es gibt noch viel Arbeit zu tun. Du findest ein Desecretes Friede neben der Tür, das die Kontrolle der Goldlinger führt. Gut. Hier ist es. Oh, das sind ja Minen. Ich dachte, es sind Granaten, die die Gegner auf nicht geworfen haben. Aber viele von ihnen wurden geholfen. Ich brauche deine Hilfe, um sie frei zu setzen. Okay, dass war wieder eine Mission, die war ja nicht sonderlich lang. Okay, da war wieder eine Mission. Die war ja nicht sonderlich lang. Gehen wir da mal auf weiter Inventar, was haben wir denn bekommen? Bessere Klingen Achso Einer davon ist das nur Gut Nein, da bleibe ich bei dem, was ich habe Ich wechsle das ein Ich nehme trotzdem eine Fernkraftwaffe einfach mit Okay, da können wir auch noch Sachen verschaffen, es gibt ziemlich viel hier, kommt mir vor Gut, aber da ich jede Mission in einem Part mache, wenn es sich zeitlich ausgeht, war es das auch schon wieder für heute Ich bedanke mich fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal